Im Quadranten vor True Airspeed and Density Altitude ist es möglich, unsere Dichtehöhe auf sehr einfache Weise zu ermitteln. Wir setzen unsere Flugplatzhöhe, speziell auf diesen kommt die Dichtehöhe besonders zu tragen, in Bezug auf die Startstreckenberechnung. Wir gehen davon aus, am Beispiel Flughafen Graz etwa 1100 Fuß, also die 1000er Marke, und wir haben einen Wintertag mit 0 Grad. Die Dichtehöhe können wir jetzt hier ablesen und wir sehen, dass die Dichtehöhe unter 0 ist, das heißt kurze Startstrecke. Dasselbe Flugplatz an einem Tag mit 30 Grad, ein sehr warmer Sommertag, 30 Grad, etwa 1000 Fuß, können wir wieder ablesen, wir haben eine Dichtehöhe von über 3500 Fuß. Die Dichtehöhe ist jene Höhe, einfach ausgedrückt, wo das Flugzeug, der Motor, die ganze Aerodynamik, glaubt sich zu befinden. Ein Extrembeispiel von österreichischen Flugplätzen ist der Flugplatz Mauterndorf. Er liegt in rund 3600 Fuß Höhe. Wenn wir hier 3600 Fuß annehmen und einen heißen Sommertag dazu, mit 30 Grad plus, sehen wir, dass wir in Mauterndorf auf eine Dichtehöhe bereits über 6000 Fuß kommen. Das heißt, die Startstrecke entspricht jener, wie sie in 6000 Fuß Höhe wären. Das heißt, die Startstrecke entspricht jener, wie sie in 6000 Fuß haben. Das heißt, die Startstrecke entspricht jener, wie sie in 5000 Fuß sind. Vielen Dank.